Willkommen und danke fürs Anklicken unseres kleinen Qigong-Filmchens. Ich möchte eine kleine und einfache Qigong-Übung zeigen und anleiten, die heißt Öffnen und Schließen, wirkt sich auf das gesamte Qi-System des Menschen aus und vor allen Dingen reguliert es Yin und Yang. Wichtig ist, bei der Einatmung die Arme auseinanderzuführen, bei der Ausatmung, die durch den Mund geschehen sollte, die Hände und Arme wieder zusammenzuführen. Und als nächstes wichtig ist, das Ganze 49 Mal durchzuführen. Ich zeige es einmal. Schulterbreiter Stand und dann die Hände voreinander, vielleicht anfangs etwas spielerisch, um hineinzufühlen, wahrnehmen zu können und dann im eigenen Atemrhythmus recht langsam öffnen und schließen. Einatmen Durch den Mund, aus Ein Aus Irgendwann kommt der Körper mit dazu. Steigen und sinken in den Knien, öffnen, nach vorne und schließen, dass der Körper eher zusammensinkt. Insgesamt 49 Mal. Und es wäre gut, wenn nach und nach die Übung langsamer wird, dadurch, dass der Geist, der Körper zur Ruhe kommt und dadurch auch der Atem sich beruhigt. Viel Spaß beim Üben. Bis dann. 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 Bis dann.